So, mal wieder ein kleines Wort zum Sonntag, auch wenn es heute Freitag ist, zum Thema großes C-Hysterie, ja, 2022, Hysterie, nur in Deutschland, ich bringe meine Tochter ca. 2-3 mal die Woche zur Kita, ansonsten macht das meine Frau, so, die kennen mich dort, die wissen meine Einstellung, die wissen, dass ich weder im Freien noch im Innenraum dieses Teil da trage, ja, weil es einfach lächerlich ist, weil es keinen Sinn macht. Ich hatte schon endlose Diskussionen, ihr könnt euch ja denken, wohin die geführt haben, aber das mal nur am Rande. Sie haben es mittlerweile akzeptiert, ich gebe meine Tochter draußen ab, sie wissen genau, ich möchte weder, dass sie getestet wird, noch, dass sie auch nur ansatzweise einen Berührungspunkt mit dem großen C bekommt. Und da passe ich auch gut drauf auf, weil ich möchte nicht, dass meine Tochter indoktriniert wird. So, die anderen Eltern, die sehen das ein bisschen entspannter, die gehen mit ihrem Kind in den Kindergarten hinein, setzen brav ihre Maske auf, es gibt sogar welche, die ihrem Kind die Maske aufsetzen, aber jetzt kommt es gleich, also die ziehen dann ihr Kind um, Hausschuhe, ihr Rucksack wird aufgehängt, dann ziehen die Eltern wieder die Maske aus, wenn sie rausgehen und auch die Kinder ziehen die Maske aus, wenn sie dann zu den anderen Kindern gehen zum Spielen und währenddessen ist eigentlich niemand in der Garderobe. Also Maske nochmal, wofür? Für sich selbst? Kein Sinn einfach. Man sieht auch hier, draußen steht, nur mit Maske betreten, also wird es einfach gehorsam hingenommen, ohne zu hinterfragen. So, was ist aber mein Punkt? Ein Lauterbach hat erst letztens gesagt, dass die Kita-Schließungen wegen dem großen C unnötig waren, dass die Maßnahmen übertrieben waren. Hat er sich dabei bei den Kindern entschuldigt? Nein, hat er nicht. Aber die Hysterie ist immer noch da. Warum haben die Eltern jetzt nicht spätestens gemerkt, dass die Gefahr wohl doch nicht so groß ist, wie man uns suggeriert hat? Und trotzdem geht diese, ich würde mal sagen, Schichtschau immer weiter. Das Krasseste finde ich aber, dass wir seit zwei bis drei Jahren in einer Hysterie sind, von den Massenmedien übrigens auch noch zusätzlich bestärkt. Aber keiner redet davon, dass wir seit geraumer Zeit eine massive Übersterblichkeit haben. Warum eigentlich nicht? Warum reden keine Politiker davon? Warum redet kein Lauterbach davon, dass wir eine 20%ige Übersterblichkeit haben gegenüber den Vorjahren? Und warum reden wir nicht darüber, warum dem so ist? Mal drüber nachgedacht, sagt das nicht alles aus, was die letzten zwei bis drei Jahre schiefgegangen ist in diesem Land?